Ähm, wo ist denn los? Und ich werde heute noch zweimal gewinnen, weil Fall Guys ist ein bisschen Duki-kacki, immer nennen wir keinen Kacki, aber, ähm, ja. Was ich sagen wollte, ist, dass ich heute eine Link-Kabel für meine Oculus gekauft habe. Und, ähm, ich werde dann dieses FNAF Sister Location-Fangame spielen. Uh! Uh! Nice!